Mit Recht. Doch in der menschlichen Geschichte ist es etwas Alltägliches. Perverserweise werden sogar die größten Massenmörder am meisten verehrt. Sei es Alexander der Große, Cäsar, Napoleon und in einigen Ländern sogar Hitler. Der Historiker Greg Hallett schreibt in seinem Buch, Hitler war ein britischer Agent, dass er Deutschland nach den Anweisungen des Tavistock-Instituts zerstörte und die Geschichte dreist verfälscht wurde, um Deutschland die alleinige Schuld aufzubürden, obwohl die Verbrechen der Alliierten nicht geringer waren.